Hallo liebe Schlagzeuger, hier ist Matthias von Time2Groove aus Görlitz, auch heute wieder Willcoxen, Charlie Willcoxen Solo, Nummer 1, bisschen schneller, 65 BPM, viel Spaß. Ja, 65 BPM geht los, 2 Viertel Takt, deswegen 1, 2, 1, gut, Tap, 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 Tap Dritte Zeile. Einste, Runde, zwei, Runde. Paraditel, 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 Parad, Parad. Letzte Zeile. Paraditel, rechts, rechts, links, links. Nochmal Wiederholung. Dritte Zeile. Zwei, Runde, Paraditel, 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 links, links, rechts. Grenze, Runde, zwei, Runde, Paraditel, rechts, rechts, links, rechts. So läuft doch das schon richtig schick. Viel Spaß mit dem Solo 1 in 65. Bis bald, euer Matthias. Tschüss. ochtags. Untertitelung des ZDF, 2020